Herzlich willkommen zum zweiten Teil der vierten Kriule, dem Musikwerkbewerb für Global Music im regionalen Wettbewerb für die Brandenburg. Die nächste Gruppe, die antritt für den Wettbewerb für die Kriule, ist eine Gruppe, die sich mit zeitgenössischen Stilelementen aus Burkina Faso repräsentieren wird. Und hierbei ist es wichtig zu beachten, dass es sich nicht um ein Gesamtgerüsch der Burkina Faso handelt, sondern dass ganz speziell verschiedene Ethnien, und zwar die Ethnien der Pisa an der Grenze von Ghana, also Rhythmen der verschiedenen Ethnien und Musikstilien, die Ethnien der Bobo an der Grenze von Bali und die Ethnien der Sir an der Grenze von der Elfenbeinküste. Ich bitte um einen Applaus für die Gruppe da rein. Ich bitte um einen Applaus für die Gruppe da rein. Ich bitte um einen Applaus für die Gruppe da rein. Musik 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 Applaus